Okay Leute, wir machen weiter bei Elements Megaman. Äh, weiter hier im Text. Let's go! Äh, ah, oh, oh, hm, geht mal. Abonnenten, vielen Dank! Abonnenten, das ist so krank! Hm, 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 auf der Sui-Show! Komm her! Ach, dann lass mich halt in Ruhe. Ich hab Bock mehr auf. Du bist hier zu schnell, das ist unschön. Lalalala! Hä? So, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Okay, okay, wenn ich jetzt hier wirklich so durchkomme, hä? Ja, das dachte ich mir, dass ich ihn nicht kaputt kriege, aber irgendwie werde ich ihn kaputt kriegen, denke ich. Aber gut, versuch ich beim anderen Mal aus. Ich will jetzt erstmal hier durchruppen. Ich muss... Ähm, Schleim? Ich weiß, dass Link... Ne, Schleim mal Link getötet hat. Ähm... Sollen wir's versuchen? Alligator, 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 der nicht nur so verzockt, sondern auch noch toll reimen kann. Ach, komm, ich versuch das jetzt einfach mal. Weil, weil es muss ja irgendwie klappen. Ich bin mir sicher, dass die irgendwie kaputt gehen. Ja, wenn ich jetzt draufgehe, ist es nicht schlimm. Ich will... Rausfinden, womit ich... Mit welcher Waffe ich die kaputt kriege. Deshalb werde ich jetzt einfach alle nach und nach ausprobieren. Weil es nicht kaputt ging, glaube ich nicht. Vielen Dank, aber... Das ist so krank. Das war... Dumm. Okay, fangen versuchen. Ah, Donner, das könnte sogar sein. So, ja. Das war ein Treffer eigentlich, aber es ist dir scheißegal. Ja. Tschö. Hm. Ist egal. Ist egal. Ich mach das jetzt so lange, bis ich hier das Ding rausgefunden hab. Weil irgendwie wird der kaputt gehen. Aber ich muss es nochmal empfangen versuchen, denke ich. Und so ja dann exquisit Musikgeschmack. Ich liebe dieses Lied. Vielen Dank. Ja, 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 ja. Okay, damit krieg ich ihn nicht kaputt. Gerade mal wechseln. Gut, die ersten vier sind's nicht. Haze. Nee, auch nicht. Also entweder kriegen wir sie jetzt gar nicht kaputt. Oder mit einer der letzten dreien. Ähm. Ja, ja. Scheißegal. Wir sind erst bei drei Minuten. Kann ich da doch. Hm, wo ist eigentlich Mr. Gammon Watch hin? Hab mir den nicht mal. Ach ja, hier ist er ja. Okay, Ali. Versuchen. Hä? Ah ja, genau. Oh, das sieht wesentlich so ähnlich aus wie das Schleimwesen da. Hallo. Auch nicht. Offensichtlich. Ich weiß es nicht. Jeff Hand? Ja, das könnte schon. Nee, sobald ich ihn angreife, krieg ich Schaden. On Air. Auch nicht. Ja, dann versuch ich das jetzt nochmal mit Emero. Hab ich schon versucht, glaub ich, oder? Nee. Na komm her. Na komm her. Krieg ich das jetzt kaputt oder nicht? Hm. Dann versuch ich es halt anders. Dann versuche ich da jetzt durch zu rushen. Gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Ich glaube, ich hab alles ausversucht. Und es hat nicht geklappt. Von daher versuch ich es jetzt nicht mehr. So. Okay, das muss ja machbar sein, da auch ohne Dinger durchzukommen Weil irgendwo gibt es sicherlich auch wieder Energie zum Aufladen So Lass mich vorbei Bitte greif mich nicht an Das ist schlecht Das ist voll nicht nett Lass mich in Ruhe, das ist schlecht von dir Da gibt es den Kristall Oh Gott, ich hab den so, oh Gott Er weiß genau, dass ich von diesem Lied so lange einen Ohrwurm hatte So, den mach ich nämlich jetzt frei Dann hab ich wieder weg Bis er weg ist Komm her Na komm Hallo Ja, 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 genau so Lass mich in Ruhe Tschüss So, hier waren wir eben ungefähr Und dann irgendwann kam ich auf die Gloräuche Zu versuchen, die anzugreifen Was ich mal hätte besser sein lassen sollen Aha, da liegt doch Energie Oh, schnell, 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 schnell Oh, wir sind voll, okay, klappt Oh, das sieht nach Endgegner aus Ui, ich glaub, das ist unfair Das sieht mir nach Funk aus Ihr habt also den ersten von uns Kopierschatten besiegt Zu dumm, eigentlich wollte der Meister euch unbedingt behalten Doch ich habe den Auftrag, jeden sofort zu töten Der ist wagt, auch nur in die Nähe unserer Festung zu kommen Komm auf große Reden zu schwingen Wir haben mit deinen Anführern noch etwas zu klären Dann müsst ihr mich schon im Kampf besiegen Das ist Funk 100% ist das Funk Okay, es ist im Ero Hab ich ja gesagt Hallo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Okay, keine Schwäche 4, 5, 6 Aber ist egal 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hä, warum kriege ich denn da Schaden? Hallo? Was habe ich jetzt? Ja, ich sag doch, das ist Funk Ah, was war die Schwäche von Funk? Ah, was war die Schwäche von Funk? Ähm Burrito Äh, ja Fast War das gut, fast So Das war die Schwäche von Funk Okay, und ich glaube Wenn ich jetzt hier an der linken Seite stehe Da passiert mir nichts Weil ich glaube Da kommen die Vierecke nicht hin Aber ich finde es schön Die Idee, die er da hatte Oh Oh, dumm Ah, egal Ist egal Ich weiß Mein Fehler Und den mache ich jetzt nachher nicht mehr Oder beim nächsten Versuch Keine Ahnung Weil diesmal bleibe ich da nicht stehen Nö, nö, nö Und ich muss sagen Diesmal sind sie schwieriger zu sehen Diese Dinger Da kam das Ding einfach angeflogen Hm Egal Ähm Nochmal versuchen Achso Ähm Zwei Formen hatte er auf jeden Fall Die erste war Emero Und ich kann aber überlegen Was war Emero Ah, ich glaube Fang war Emero War das Fang Moment, lass mich kurz überlegen Burrito gegen Fang Niko gegen Ah, ne Es muss Fang sein Bin mir fast sicher Weil das war der drittletzte, glaube ich Den wir bekommen haben Und danach Oder der viertletzte Und dann haben wir uns erst Emero geholt Naja, egal Äh, Moment Bevor ich jetzt weitergehe Was war die Achso, das war Burrito Okay Okay, das heißt Krass Okay Einigermaßen unbeschadet Um ankommen Ist das Ziel Dann Sieht's ja ganz gut aus Und ich hoffe mal Ja doch, das muss ja so sein Die Schwächen würde er Also die Resistenzen und Schwächen Würde er nicht geändert haben Das wäre Asi Nee, das macht er nicht Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen Emero sollte auch null Problem sein Also dieser Kopierschatten Emero Sollte eigentlich gar keine Größere Schwierigkeit sein Weil, ähm Er kommt nur in der ersten Form vor Und da brauche ich Einfach nur ausweichen Das heißt, ich muss gleich nur nachher Schnell genug Komm, hau ab da Schnell genug auf, ähm Burrito wechseln Und, äh Ja, dann ist alles in Ordnung Dann sollte das klappen Aber ich find's schön So sieht man nochmal Alle Schwächen, alle Gegner neu Auch wenn nicht in jeglicher Form Okay Okay, Leute Wir sind da Aber wir sind bei weitem Leichter durchgekommen Mal zum ersten Versuch So, mal gerade gucken Ähm Okay, für Burrito nachher Einmal nach unten Und nicht vergessen Sache mit Z bestätigen So Da ist der Kopierschatten Nummer zweimal wieder Ach, ja Na, und Ja, doch Das muss sein Quatsch Komm her Ja, ja, komm Komm her Zeig mir dein Emero-Face Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Ja Nein, das ist nicht die Schwäche Hä Ja, da geh ich halt hier rüber Okay Ja, achso Natürlich Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Ich komme Hallo Ich hab mich hier irgendwie In die Seite gebacken Ich komme ja nicht mehr weg Hä Was zum Hä Dumm Äh, was ist denn das Verstehe ich jetzt zwar nicht so ganz, aber ist okay Na gut Von mir aus Schiebt das nicht mehr in die Schuld Schiebt nicht mehr die Schuld in die Schuhe dafür Dafür kann ich nichts Das hat zu ihr zu verantworten Hört, wisst ihr, was ich jetzt mache Ich bleib jetzt hier stehen Ich würde den mal wissen Ich würde mal gerne Doch das stimmt kann man den hier treffen Habe ich ihn jetzt getroffen Na, ich weiß nicht Okay, schnell nach oben Achtung Pass auf Eins Zwei Ich habe mich einfach durchgebackt Na, ich glaube ich treffe ihn Okay, ich gehe wieder nach oben Okay, wir sind noch leicht im Vorteil Was die Energie betrifft Hä Eins Hä, er bleibt echt in der Form Also entweder ändert sich jetzt gleich noch was Die Dengel ziehen Ja, er kommt, er kommt, er kommt Komm her Ja, komm her Du bist der Richtige Komm her Moment, was war die Was war die Schwäche gegen Ali Ey, ich will den am liebsten weg haben Ah, jetzt geht er schon Die Schwäche gegen Ali war Donner, glaube ich Irgendwie Oh nein, das hätte ich Das war vielleicht eine total dumme Idee Ah, hier ist der Richtige aber Ich sehe ihn Ach, was war Ali's Schwäche Ähm Ali's Schwäche war Ja, ich muss warten Bis dieser Kopierschatten weg ist Der gefälschte da Hier, das ist der Richtige Ali Da unten der Geht, jetzt seht ihr es richtig Und ich hoffe, ich erzähle keinen Blödsinn Aber ich meine schon Ne, der hier ist der Richtige, oder? Oh Gott, welcher ist der Richtige? Ne, der, der Ich bin mir sicher Ja, ähm Aber was war die Schwäche gegen Ali? Oh Gott, was haben wir ja gegen Ali gehabt? Nico war es nicht Funk war es nicht Haze Jeff On Air Ne, Mero war es auch nicht On Air war es auch nicht Ali Ali, 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 Ali War das denn nicht Funk? Hm Oh Gott Oh Gott Jetzt bin ich echt am überlegen Was waren die Schwäche gegen Ali? Wann haben wir denn Ali gemacht? Ja, äh Ich würde jetzt gerne was machen Aber ich kann die Leute nicht angreifen Weil ich hier nicht drüber komme Sobald ich hier versuche Drüber zu gehen Kriege ich Schaden Hier, das ist glaube ich Das ist der Richtige Ali Aber der muss drüber kommen Ach, der Richtige Ali Der Richtige Kopierschatten Jetzt komm doch Ja Seh das Ich hab doch gesagt Ich hatte recht Ähm Der Richtige ist da oben Seh ich doch Okay Ich muss ihn treffen Und ich darf mich von den anderen Nicht erwischen lassen Ich seh den Richtigen Mitte Genau in der Mitte jetzt Glaube ich Ja, 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 ja Und er ist auf dem falschen Weg Er ist auf dem Holzweg quasi Dabei gibt's hier gar kein Holz Geh weg, geh weg, geh weg Ich hab die Schwäche von Ali vergessen Oh Gott, was hab ich für ein kurzes Zeitgedächtnis Irgendwo ist der Richtige Ah, der Richtige Suh Ah, der Richtige Suh Seht ihr? Aber dahinter gestiegen Ist das gar nicht mehr so schwer Äh, ja Schon wieder Perfekter Abschluss für ein Video Hoffe ich Ja Leute 13 Minuten 20 Sekunden Ungefähr so Aber warum soll ich jetzt was anfangen? Ich sag bis zum nächsten Mal Tschüssi Bis zum nächsten Mal